halli hallo leute hier ist die eule was geht halli hallöchen hier ist die frau von der eule und wir sind jetzt ganz gespannt hier beim paket auspacken aus österreich nämlich von unseren kollegen wir haben gedacht komm wir schicken uns mal gegenseitig pakete zu weihnachtspakete erstmal großen dank an wir wissen es nicht genau wahrscheinlich ist es die österreichische post denn das paket ist von unten schon mal nass danke schon mal dafür ja wir packen es einfach mal aus und er hat leider beziehungsweise seine frau die ist immer so übermütig und muss alles sofort auspacken und man hat dann keine chancen brief zu lesen und deswegen gibt es von denen kein video allerdings habe ich das vorher schon aufgenommen wo ich es eingepackt habe deswegen poste ich das einfach und ja ich hoffe ihr habt spaß daran dass man anzugucken was man sich so gegenseitig schenken kann aus verschiedenen ländern und jetzt gucken wir mal was hier passiert ist so die ersten schnitte sind getätigt schön mit panzerband das hat keine frau eingepackt panzerband benutzen männer auch nicht wirklich was gebracht zumindest nicht unten drunter na schauen wir mal was ist das denn hier für eine österreichische verpackungsart ich habe so genau das sparte deutsche muss sparen ich glaube hier vorne kann man das so aufmachen kann sich nur noch um stunden handeln ich glaube wir haben es gleich hier noch ein schnittchen nächstes mal nämlich eine säge so wollen wir mal schauen gleich was zum lesen dabei jede stunde vignette gewinnen da machen wir doch mit rapid sieht weder rapid wien ist übrigens die einzige ausländische mannschaft die was ist das für eine schale beim fußball deutscher meister genau rapid wien ist der ist die einzige ausländische mannschaft die die deutsche meisterschaft gewonnen hat und zwar ich glaube 1942 nur so am rande und dann schauen wir doch mal ja lecker leckerli schauen wir erst mal da ist irgendwas die große ist es nicht die große ist es nicht otter kringer dosen bier wir müssen erst mal ich glaube das ist irgendeine ja ich glaube ist auch schon drin pack doch mal aus wir packen jetzt erstmal auf also wir haben hier schon mal mannerwaffeln minis mit nougat und schoko orange haben wir hier ja genau die hatten wir auch gekauft für dragi keksi auch wie süß jetzt immer alles sagen dann haben wir hier noch creen zweimal das ganze wir hatten da mal creen gegessen der war richtig lecker und den wir uns mal gekauft haben der war ziemlich scharf also da muss man abstand von hat manchmal genau das waren die mit kokos noch dabei was haben wir hier noch für einen salzburger selchschopf das ist selchfleisch genau ich weiß zwar nicht was es ist frau weiß es sagt schmeckt gut nehmen wir so dann haben wir hier noch käsewurst ja wohl für mich genau für die frau dann haben wir unseren kaffee da ist trotzdem irgendwas ausgelaufen ich weiß nicht was es ist ich weiß es nicht keine ahnung warum ist das denn so nass ja oder vielleicht haben die das irgendwo es ist doch eine dose gewesen eine dose ist kaputt gegangen echt wie kann denn eine dose kaputt gehen ja wer weiß was die damit gemacht haben haben wir ja gestern auch im fernsehen gesehen in dem bericht und scheiß wo soll das ausgelaufen sein oben vielleicht irgendwo es ist zu hier oben ist zu weil das roch nämlich nach bier ich habe keine ahnung was für deppen ey ohne scheiß hammer echt die kriegen es hin dass eine dose kaputt geht trottel egal die ist leer fast leer aber wie fast leer ist das guck mal hier alles durchgesifft ja guck es dir an alles durchgesifft die untersuche ich aber noch das würde mich jetzt echt mal interessieren die untersuche ich ne ehrlich ne ich weiß auch nicht woran das liegen soll weil die ist zu hier ja seht ihr die ist zu unglaublich ja danke fürs paket auf jeden fall voll die tollen österreichischen sachen gesagt ich hoffe unser paket ist genauso gut angekommen das hoffe ich auch denke ich mal also wurde ja schon mitgeteilt wurde schon mitgeteilt genau aber ja auf jeden fall hat es nicht sehr lange gedauert wir haben es beide gleichzeitig losgeschickt ich glaube ich habe einen tag vorher losgeschickt aber aber nicht weiter sagen ich glaube ich habe montag losgeschickt und mein kollege am dienstag und wurde am freitag ja das ging ja mal zügig das ging noch mal zügig ok an der umsetzung muss die österreichische post noch ein bisschen üben hier dass sie ja wir müssen erstmal gucken ob unsere sachen überhaupt eine heile angekommen sind soweit wie ich weiß ja hoffen wir das mal ja das war es hier von uns vom ausbacken genau wir haben uns auf jeden fall gefreut auf jeden fall jetzt gleich erstmal noch durch die österreichische zeitung blätter genau oh was ist das denn hier ausstellung mit nackten oh 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 das zeige ich doch mal rein das ist das da kann ich nochmal FSK 18 ist das hier gleich seht ihr das hier Titten da schreibe ich in den Titel rein Titten da kriege ich tausend Aufrufe für um Pornoskandal was um Astromaler Leute was ist das hier für ein Schundblatt was schickt ihr mir mit so ein Porno-Ding 82 92% lieben Wien ja ich will auch wieder hin gibt es schon Kaffee trinken Kuchen ich putze derweil erstmal alle Sachen ab die ja jetzt mit mir getränkt sind putzt du mal alles ab da Scheiße der Postbote hat es die Auge da als müssen wir wieder zu den Besovskis hinfahren ja Leute jetzt hier nicht lang schnacken so das war es von uns ja das andere Video poste ich die Tage dann auch nochmal hoch von den Sachen die wir verschickt haben und das war es von uns und ciao und ciao